hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute geht es mal um ein thema was mich wirklich ein halbes jahr lang beschäftigt hat und zwar jetzt ist frühling jetzt kann man wieder raus vor die tür gehen und mich hat natürlich im winter genervt ich habe keinen fotorucksack und was kaufst du dir für ein fotorucksack das ist natürlich dann die nächste frage zwischen 50 und 300 euro gibt es natürlich variabel preislich da eine ganze menge zu holen aber irgendwie muss er auch einigermaßen günstig sein aber auch alles können was ich möchte und da bin ich auf diesen rucksack gestoßen von der firma tarion der ist meistens ausverkauft bei amazon ich habe mir jetzt bekommen möchte ihn euch vorstellen möchte euch zeigen was da drin ist von meinem equipment was ich dafür nutze wie ich ihn nutze und warum ich ihn so lieb habe im jahr 2008 wurde tarion von einer internationalen gruppe aus fotografie enthusiasten und e commerce unternehmern mit sitz in berlin gegründet der traum ist die verwirklichung von fotografie und videoprodukten für die moderne zeit durch den direkten vertrieb vom hersteller zum kunden sind diese in der lage erschwingliche produkte mit deutschen qualitätsstandards anzubieten alle produktlinien durchlaufen umfangreiche qualitätsgrund rollen die als eines der kernprinzipien festgelegt wurden der hier vorgestellte rucksack hat einen geräumigen innenraum dieser ist unterteilt in zwei separate hälften mit circa 25 litern fassungsvermögen und hat platz für zwei kameras sieben objektive stative und anderes zubehör kommen wir mal zu den staufächern und den verschiedenen möglichkeiten die der rucksack gebietet als erstes siehst du natürlich hier die möglichkeit den rucksack auch in der hand festzuhalten und einfach mal so zu greifen und mal kurze strecken so mitzunehmen dann gibt es hier das erste fach das hier sozusagen vorhanden ist da weiß ich jetzt noch nicht so direkt was ich damit mache ich habe es momentan noch leer gelassen hier ist noch ein reißverschluss ist gleichzeitig noch ein fach mit drin interessante geschichte auch wenn du hier vorne noch was festmachen möchtest das kannst du ebenfalls hier noch mal direkt fester oder lockerer machen je nachdem was du hier rein machen willst da gibt es das erste fach was ein bisschen spezieller ist das ist hier das hard case fach bei mir ist es momentan so dass ich hier direkt ein paar kleinigkeiten drin habe eine brille damit ich sehe was ich drehe meinen schutz für mein iphone mein case und gleichzeitig noch den dji pocket zwei um vielleicht kleinere szenen hier noch mal mit dem zu ziehen auch noch mal ein reißverschluss und extra fach hier direkt mit drin und hier natürlich auch noch mal einfach wo jetzt meine speicherkarten drin liegen damit ich falls irgendwas sein sollte natürlich alles hier im griff habe und noch mal die speicherkarte tauschen kann oder falls eine folge und so das ist jetzt erstmal das fach wie ich das hier nutze man kann es natürlich noch viele viele andere dinge bereichern je nachdem was ihr da sozusagen alles drin habt dann geht es hier mal an die seite und da stecken jetzt momentan meine mikrofone drin das heißt mein mikrofon case ist hier sozusagen mit dabei wenn ich jetzt mal ein ansteck mikrofon brauche oder andere dinge ist das hier komplett mit in der tasche drin hält auch eigentlich ganz gut also du kannst das hier noch mal festmachen und rausfallen tut es eigentlich nicht wenn du unterwegs sein solltest mit bahn bus oder flugzeug hier ist eine möglichkeit ein namensschild mit rein zu machen hier noch mal eine möglichkeit für tripod oder für ein gimbal um den hier sozusagen zu befestigen kannst du natürlich dann auch noch mal in die tasche stecken auf der anderen seite auch noch die möglichkeit hier ein stativ zu befestigen mache ich natürlich auch sonst mal mit dem tripod und noch mal eine tasche an der du ebenfalls dinge verstauen kannst hinten finde ich das ganz gut gelöst dass man auch wirklich viele verschiedene sachen hier einstellen kann wenn man so schaust lms du kannst das hier sozusagen noch runter machen oder höher je nachdem wie du das am rücken tragen möchtest sehr gut überlegt finde ich weil viele rucksäcke die hängenden zu tief oder zu hoch und das kannst du hier sozusagen alles noch mal einstellen die polster ebenfalls wunderschön lässt sich super tragen das teil und hier an den riemen kannst du natürlich auch noch mal alles verstellen von der höhe und von der breite wie du es möchtest schade eigentlich dass man hier nicht noch eine gopro halterung angebaut hat das wäre noch cool wenn man hier sozusagen noch mal die gopro anbinden könnte dass wenn man wandern als oder unterwegs ist gleichzeitig die kamera laufen kann kann man sich aber wie gesagt im zuhör immer noch kaufen bei gopro die halterung wäre natürlich cool wenn sie hier mit dabei wäre so dann kannst du natürlich das ganze auch noch mal am bauch festmachen also um den bauch hier mit diesen riemen die sozusagen einstellen dass es noch ein bisschen fester hält ich bin nicht so der freund davon deswegen ist es bei mir meistens unbenutzt und dann kommen wir zum hauptfach hier was man nutzen kann und zwar für die kameras und die objektive ist jede möglichkeit gegeben dass du sozusagen hier alles was du hast verstauen kannst in verschiedenen möglichkeiten mit objektiv fächern mit kamera fächern passen natürlich auch in größere kameras rein bei mir ist jetzt hier die zve 10 als zweitkamera erstmal mit drin und gleichzeitig natürlich noch der komplette regenschutz für den rucksack der jetzt mitgeliefert wird schöne sache bei mir sind wie gesagt hier noch ein paar objektive mit dabei dann die halterung um ihn zum vloggen zu tragen objektiv deckel und so weiter und so fort und gleichzeitig in der tasche dann noch mal netzgerät und verschiedene akkus für beide kameras habe ich jetzt hier so ein bisschen mit verstaut ist eine schöne geschichte gefällt mir richtig gut und was mir dann wirklich noch am besten gefällt und was eigentlich ein kaufgrund war weshalb ich diesen rucksack wirklich gekauft habe ist einfach dass es hier die möglichkeit gibt eine extra tasche noch mitzunehmen du weißt du kannst dir dann immer noch eine fototasche um den bauch hängen und das ist natürlich ideal wenn du jetzt unterwegs bist und filmen willst oder fotografieren möchtest kannst du dir immer noch deine tasche extra um den bauch hängen und hast dann die möglichkeit hier deine kamera zu verstauen und die natürlich besser zu greifen als wenn erstmal hinten den rucksack fach aufmachen und 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 ist ein bisschen anstrengender deswegen kannst du das hier machen bei mir ist momentan halt mein monitor erst mal verstaut damit ich hier sozusagen dinge noch mal in voller größe überwachen kann und wenn es denn zum ernstfall kommt dann wird der monitor natürlich gepackt und gleichzeitig hier dann meine kamera verstaut ist auch sehr schön gemacht mit diesem riemen auch noch mal gepolstert kannst du dir dann wirklich um den bauch finden hast keine probleme und ist hier richtig super bedient mit diesem rucksack lässt sich richtig schön einsortieren hier unten auch noch mal so die möglichkeiten falls du den rucksack noch mal extra nehmen möchtest bzw der in der bauchtasche hast du hier noch mal möglichkeiten die taschen in diesem bereich einzubauen mit verschiedenen größen und verschiedenen längen dass du hier sozusagen auf trendfächer einbauen kannst und andere geschichten kann man sich sozusagen dann noch mal antun ansonsten gibt es natürlich hier erstmal dann wiederum die tasche die man hier verstauen kann fach wieder zu und schon ist es der komplette rucksack mit verschiedenen möglichkeiten und das war wie gesagt für mich ein kaufargument weil diese taschen natürlich nicht bei allen rucksäcken mit dabei sind und gleichzeitig natürlich auch preis leistungsmäßig ist dieser rucksack eine richtig gute geschichte zum preis kommen wir dann noch mal in der abmoderation aber wer jetzt wirklich was gutes haben möchte was etwas länger hält und was gut durch überlegt ist er kann sich natürlich hier mal mit dem rucksack an freunden hier unten auch noch mal komplette gummi beine mit dran da hast du dann wirklich eine ganze menge davon also ich finde das ding richtig gut und universell verwendbar und habe mir das wie gesagt gekauft aus reiner überzeugung habe nichts dazu irgendwie gesponsert bekommen oder irgendwelche anderen geschichten das habe ich mir selber gekauft und ich bin glücklich mit dem rucksack der gefällt mir richtig gut weil er so viele möglichkeiten der verwendung hat und hier noch mal die zusammenfassung den tarion rucksack bekommst du mit dazugehöriger bauchtasche er hat insgesamt ein riesiges fassungsvermögen mit einer gigantischen kapazität weiterhin lässt sich hier ebenfalls ein großes laptop verstauen bei bedarf kannst du alle fächer nach deinem bedürfnissen einstellen durch den verstellbaren riemen kannst du den rucksack individuell an deine körpergröße anpassen weiterhin ist der tarion rucksack natürlich wetter und reißfest und es gibt ihnen zwei verschiedenen größen zu kaufen für die kleinere version bezahlt du 89 euro und für den großen aus meinem video da musst du dann faire 130 euro bezahlen was ich angesichts dieser qualität nicht zu teuer finde wenn du weitere informationen nachlesen möchtest bzw den rucksack kaufen willst dann findest du alle links hier in meiner video beschreibung damit bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen sehr gern bis zum nächsten video tschüss bei bei und winke winke